25 Kilogramm haben Flocken vernichten, Tag 41. Du hast morgens absolut keine Zeit Frühstück zu machen, dann machen wir es jetzt in 5 Minuten. Denn dazu müssen wir nur Milch, Haferflocken, gut gemacht Flocki, 1 Skulpturte vegan, eine Banane, Scheiße, 15 Gramm Chiasamen und Chunky in einem Mixer mixen, geben das in eine Schüssel, schmerzen dann noch zuckerfreie Schokolade mit ein wenig Kokosöl in die Mikrowelle, geben das jetzt noch über die Overnight Oats und können noch ein paar Heidwaren oben drauf geben. Und diese Schönheit, da rede ich nicht von dir dieses Mal, kommt jetzt für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Und in der Zeit kannst du mir schon mal folgen.